hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von dem mountain wo wir immer noch am hafen sind und ich immer noch in vorproduktion bin ich habe einfach bock obwohl ich jetzt schon weiß nicht eine woche nicht gespielt habe und noch jede menge folge auf lager hat ich habe bock hier weiter zu machen also machen wir noch ein bisschen weiter vor produktion schaden kann es nicht weil ich in der gestrigen folge erwähnt habe hier mit meinen zeitproblemen und so eventuellen zeitproblemen waren wir uns nicht ganz falsch also muss ich sagen ich kann zwar jetzt momentan aufnehmen aber aber es war trotzdem nicht falsch hier überlege ich mir ich glaube den lassen war den ranten war ein die frage ist wie die frage ist wie so auch noch war tatsächlich wir die plattform hier geht ja weiter die fläche ich denke mir jetzt hier gerade eine grüne auflockerung aber das heißt jetzt gerade ich hatte ich schon wichtig die gestrige aufnahme beendet habe da hatte ich die idee was ja die grad schon gesagt schon ein paar tage er ist aber aber bevor ich ganz vergessen noch mal das jetzt die frage ist nur wie diesen machen mal gucken einfach mal gleichmäßig aufschütten also grundsätzlich so von dem was da ist inspirieren lassen aber dann doch gleichmäßig draus machen würde ich mal sagen wobei der baum nicht mittig steht wenn man jetzt wenn man wenn man war da noch aufschütten haben wir jetzt hier ich glaube das machen wir einfach weg und hier machen wollen noch so und klotz dran dass er länger ist glaube ich denke ich mache ich tue ich dann ist das da 3 1234 1234 er wohl wäre dann so kann man lassen oder soll man das auf jeder seite noch einmal abkürzen das ist nur so wer so auf der anderen seite auch reicht auch so könnte man es exakt viereckig einrunden einrahmen ja ich glaube das kann man machen ich glaube das ist okay also bis da wie kompliziert sowas sein kann phänomenal muss natürlich wieder zu grünen das ist klar aber das ist ja nicht das problem dann haben wir hier eine grüne auflockerung in dem stein paradies hoch ich werde ja so so ob ob also das kann doch jetzt nicht sein so ach jetzt haben wir da schon stufen ja aber warum nicht nur dann gehen die halt hier noch mal vielleicht was weiter hier das ist eine größere fläche darum ist keine ahnung ich mache jetzt mal bis da warum nehme ich eigentlich nicht ach deswegen so ich habe so ein holzblock wahrscheinlich gar nicht hier was soll man hier wirklich doch noch so ecken rein machen das wäre vielleicht auch nicht falsch ne ich glaube das wäre gar nicht so ganz schlecht so 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 club ja ich glaube das ist cooler das ist locker noch mal ein bisschen die das nicht ganz so statisch aus hallo habe ich das eingesammelt ich habe keine ahnung auch warte ha 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 flamat rung wurde runter geben habe ich nicht wirklich doch noch habe ich nicht schade ich würde jetzt gerne den holzblock da noch das ist so aber da muss noch ein erdblock hin ja kann ich mir vorstellen wenn man jetzt hatte wir haben hier wie wie breit haben wir das hier immer 3 es wäre dann hier hier sind es auch drei ok da müsste nur die wieder weg müsste nur die wieder weg denn oh wurde hier jetzt ja könnte man mit leben das sind jetzt auch sind das auch drei sind auch drei frage stellt sich hier jetzt noch weiter oder das ganze vielleicht doch etwas früher weiter geht schlecht wegen hier dann wird das hier eventuell zu eng obwohl man könnte könnte man auch ja muss man aber nicht doch das war jetzt sogar zufällig richtig und jetzt noch so macht ja haben wir nicht mehr da auch nicht okay ach scheiß drauf weg da wenn man jetzt wüsste wenn man jetzt wüsste war das denn jetzt ist doch einer zu viel verdammt der kann ich aber mit leben kann ich aber mit leben weil ich als wir weiter 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 war das habe ich da doch den koppel runter gelassen davor habe ich ihn weggeklopft damit man das ja richtig macht und jetzt ich glaube hier sollte schon so viel fläche sein wenn man jetzt wieder nach hier gehen würde ja ja wird auch schon zu dunkel verdammt aber der grundgedanke gefällt mir das ist doch schon mal etwas aber schon wieder ein bisschen was ich hatte aber gerade noch was jetzt ist es wieder weg ja kopf wie sie verdammt bis morgen